Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Wildfarm in der LS1912, die auf der Grünferde langt. Beim Häckseln von Elefantengras. Das wird uns diese Woche, glaube ich, sehr beschäftigen. Ist ganz neuartig. Ich hoffe, dass wir damit auch gut fahren, dass wir dafür einen Ertrag erzielen. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Der Häcksel kostet mich, glaube ich, 20.000 pro Tag. 10.000 pro Tag. Wie voll bist du denn? Äh, 70%. Zeig das bei mir an. Wohin muss das? Ähm, das haust du ins Sägewerk mal rein. Achso. Wo? Ähm, wenn er hochfährt aufs Sägewerk zu, ist da so ein Betonbunker. Loll. Ist zu weit war das? Äh, in den Betonbunker rein. Okay. Also, naja, nicht mal mitfahren, wenn wir das zeigen, weil... Wirst du Häckseln? Ja. Du hast eh keinen zweiten Abfahrer, oder? Klar, Stefan. So. Stefan? Ja? Äh, bist du noch im MAM? Gar nicht. Ja. Achtung, Varuna. Äh, halt. Varuna. Ganz genau rüberkommen. Kannst du nach rüberkommen? Ja. Bist du noch im MAM? Gar nicht. Achtung, Varuna. Ja. Äh, 100. Fertig. Voll. Ja. Stefan? Ich brauche mir noch einen Abfahrer erstmal. Ja. Nö. 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 Das war's. hallo volker und hast du was zu tun ich überfall gerade den schafsbauer ja ich bringe gerade seine schafe aus mit milch ich wollte fragen ob du noch zeit hast gerade schlecht seid ihr zu wenig ja weil ich muss ja meine fälte jetzt auch noch einmal ja ich gucke mal wenn ich gleich da bin weil der patrick ist auch am ernten sich mal schauen wie das bei dem läuft nur ich hatte dem stefan letzte woche schon gesagt dass ich diese woche vorbei kommen die milch hol deswegen ja wenn es dir passt würde ich mich melden bei dir gut danke dir auch gerne war einfach an das wird dann schon irgendwann was. Ah ja, der Björn kommt vielleicht nachher noch vorbei. Zum Abfahren. Okay. Aber nur vielleicht. Er weiß ja nicht. Der ist gerade bei dir und holt die Schafsmilch. Ja. Ah, nee, kann nicht. Okay. So, warte mal. Ich probiere jetzt gleich das GPS einzustellen. Äh, Maruna? Ja? Äh, ich befinde mich jetzt beim Sägewerk, ähm, äh, beim Dolby. Oder wo? Ja, da ist so ein Betonbunker. Direkt, äh, neben, neben dem Förderband. Ja. Und da gehört es rein. Nein. Nein, nein. Wo... ...Sinnstoff, Droh oder Hackschüssel dran steht. Jawohl. Ja. Ey, schieb mal schnell die Schaufel ein bisschen auf die Seite. Moment. GPS. Dann haben wir hier den 293 Grad. Oh, was ist denn? Oder 3, 6. 3, 4, 5, ... 3, 4, 5, 5, ... 4, 5, ... ... ... ... ... Oh, warte. Oh, fährt aus. Jetzt. Ah, GPS ist schon eine feine Geschichte. Ich hoffe nun nicht, dass meine anderen Felder verdorben. Ich komme mal ein bisschen ran. Ja, Moment. Stopp. 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 Das war's für heute. Das wechseln ist schon so eine Geschichte für sich. Stefan, du kannst dann an den Hof fahren und da mal ins Sido einladen. Jo. Dann fahren wir mit dem großen Fahrer die Produktion an, weil mit dem kann man besser rückwärts fahren. Jo. 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 Papadababam Ah! Obermaier, Oberhauser ist ja schon wieder da. Ist zu weit weg! ... ... ... ... Herr Oberhausen, könnten Sie da eventuell ein Stückchen wegfahren? Komm rum! ... 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